Also ich finde es schon gut mit den Flüchtlingen, aber so langsam, denke ich mal, wird es ein bisschen viel, dass Deutschland doch langsam überfordert ist mit den Kosten und wir wissen nicht mal wohin mit den ganzen Leuten. Also ich denke, Grenzen dicht machen ist natürlich Unsinn, das geht überhaupt nicht. Was will man mit demjenigen machen, der dann über die begrenzte Zahl geht? Man kann sich ja nicht hinstellen, die Leute erschießen, ne? Ich finde es gut, dass Deutschland so viele Leute aufnimmt, aber irgendwann kommt Deutschland halt auch an seine Grenzen. Aber ich denke, ich vertraue Merkel eigentlich, ich finde sie ist eine gute Politikerin. Also ich finde, die Frau Merkel hat überhaupt nichts im Griff und eigentlich müssen sie weg. Ich sage, das ist überhaupt kein Kurs und das würde ich auch nicht als Politik bezeichnen, jeden reinzulassen, ist keine Politik. Und die Grenzkontrolle ist in der Farce, weil die Hälfte oder mindestens die Hälfte hat keine Ausweise. Ich denke mal, sie hat keine andere Möglichkeit. Sie versucht mit der Türkei natürlich ein Agreement zu finden und ich denke, das ist die beste Lösung, dass sie versuchen, eine europäische Lösung zu finden. Es ist einfach zu viel und wir haben es schon einmal gesehen in Ferien und Silvester und alle Geschichten. Was soll ich sagen, Messe habe ich mir seitdem auch wieder besorgt. Ist nun mal so, als Frau fühlst du dich echt scheiße. Da mögen die Politiker schnacken können wie Till Schweiger oder so, sage ich jetzt mal, die größte Töne und hier und da. Der muss aber auch nicht hier als Frau durch die Straßen laufen und sich hier betatschen lassen, sage ich mal. Der kann das mal einfach so sagen. Wir sind diejenigen, die hier stehen und hier durchlaufen müssen und das ganze Elend ertragen müssen, sage ich mal. Klar sind die Leute, die hier kommen und Ärger machen wollen, die haben hier nichts verloren. Aber für die Leute, die hier wirklich eine neue Hoffnung aufbauen wollen oder ihre Hoffnung hier suchen, ist es natürlich einfach schade, dass die anderen, ich weiß nicht, wie viel Prozent das sind vielleicht, aber denen das einfach verbauen alles. Ich finde es gut, dass wir sie mit aufnehmen, aber ich finde, es muss auch eine Lösung gefunden werden, wie es halt später weitergeht, weil sie bleiben ja nicht nur ein, zwei Monate hier, sondern die wollen ja auch ein paar Jahre hier verbringen und deswegen, finde ich, muss man auch Lösungen finden. Letztlich ist es ja so, wir sind eins der Länder, dass es sich am ehesten noch leisten kann, für die Flüchtlinge zu sorgen. Nichtsdestotrotz bin ich auch der Ansicht, es muss ganz dringend etwas geschehen, dass wir außerhalb unserer Grenzen etwas für die Länder tun, damit die Leute zu Hause bleiben können. Ich weiß nicht, wie viele Leute zu Hause bleiben können.